Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin ein bisschen dreckig. Das liegt aber auch nur daran, dass wir schon ein bisschen was gemacht haben. Denn heute geht es um das Thema Beleuchtung. Das Thema Beleuchtung ist halt gerade, wenn man Videos dreht, mega, mega wichtig. Weil man kann keine Videos drehen, wenn man kein anständiges Licht hat. Ich mache das Ganze mit der Firma Luxite zusammen. Und das ist nämlich der Sven. Bleibt auf jeden Fall am Video dran. Denn am Schluss von diesem Video werden wir noch ein paar Fragen klären. Da freue ich mich auch speziell schon drauf. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt erstmal die Lampen, die wir hier verbauen werden. Das sind hier diese LED-Panels. Die sind 60 x 60 cm groß. Die gibt es in der quadratischen Ausführung. Für meine Werkstatt macht es mehr Sinn, weil der Raum quadratisch ist. Aber auch Längsvarianten gibt es. Die sind dann rechteckig. Die sind ein bisschen länger und nicht so breit. Vielleicht sind die für eure Werkstatt dann auch besser von der Raumaufteilung. Denn viele Werkstätten sind ja auch längst aufgebaut. Das sind auf jeden Fall die Panels. Und jetzt wusste ich natürlich nicht, wie viele Panels hier für diese Werkstatt Sinn machen. Und da ist halt eben das Coole beim Sven. Denn der hat mir ausgerechnet, hey Philipp, schau mal, hier ist ja die Grafik. Mit diesen Panels bekommst du halt eben das an mich raus. Und das solltest du auf jeden Fall hier für diese Werkstatt haben. Das hat der Sven nicht nur für mich gemacht, weil ich der Philipp bin. Das macht er nämlich für jeden, denn der berät halt jeden, okay, die Lampen sind für dich am besten. Und die Menge an Lampen für dich sind halt auch in dem Fall jetzt am besten. Je nachdem, was du halt vorhast. Und das macht es halt ein bisschen aus. Huften Sven einfach mal an und fragten, hey, ich habe das und das und das. Was brauche ich denn da am besten für Licht-Equipment, damit es halt hell in der Bude wird. Und ich kann euch mal so viel sagen. Hier drin wird es später taghell. Und da bin ich selbst extrem drauf gespannt, wie hell das Ding am Fuß wird. Übrigens am Hintergrund seht ihr da meinen Paps. Mit dem baue ich das Ganze nämlich hier gerade auf. Alleine wird das nämlich nicht wirklich gut gehen, weil halt hier eine Tuff-Bettung-Decke an der Decke ist. Und die ist halt ein bisschen porös. Nur mal so am Rande noch. Ich verlinke euch natürlich die Lampen unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Der hat auch noch viele, viele weitere coole Lampen, die auch für deine Werkstatt oder für deine Wohnung auch passend sein könnten. Wenn ihr eine blanke Decke habt, so wie ich, dann braucht ihr noch einen, also so wie hier, dann braucht ihr noch einen Rahmen, wo ihr halt eben die LED-Panels reinhängen könnt. Und das sind hier diese Teile. Da zeige ich euch schnell was und gebe euch einen richtig wichtigen Tipp mit, wie ihr euch das Montieren super einfach machen könnt. Also wir brauchen natürlich als erstes mal hier einen Rahmen. Der ist hier drin. Und ganz wichtig, da sind auch Schrauben drin. Das haben wir am Anfang nicht wirklich gesehen. Das geht ganz schnell auszupacken. Hier sind die Schrauben. Die braucht man natürlich zum Befestigen. Gerade wenn ihr eine Betondecke habt, sind da direkt Hübel dabei. Das ist ganz gut. Das Befestigen ist eigentlich auch ganz einfach. Das ist so ein Klicksystem, wo man dann den Rahmen miteinander befestigt. So, die Rahmen, die könnt ihr, die könntet ihr probieren jetzt so an die Decke zu schrauben. Aber das Problem ist halt, wenn da nichts drin ist, dann haben die so ein bisschen Flex. Ich habe mir ein Video von Sven angeschaut. Da hat er eine Katonnage benutzt, um halt eben quasi die Bohrlöscher zu markieren. Das funktioniert auch gut, wenn ihr nicht so eine Spröderdecke habt wie mir, also wie ich. Aber ich zeige euch noch einen Trick, wie wir es jetzt gemacht haben. Und das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe mir einfach ein Stück Multiplex geholt, habe mir quasi einen Winkel geschnitten. Das habe ich noch in der alten Werkstatt auf 45 Grad geschnitten. Und habe dann einfach hier dieses Holzstück hier rein gespannen mit diesen Spannern. Und dieses Teil hier benutzen wir, also hier diesen Rahmen benutzen wir jetzt die ganze Zeit, wenn wir es an der Decke markieren mit den Bohrlöschern hier. Und dann können wir es halt eben ausrichten. Beim Ausrichten sage ich vielleicht auch noch was. Wir können dann passend bohren und das Ganze dann ganz, ganz einfach befestigen. Wir haben jetzt auf der einen Seite schon mal 10 LED-Panels befestigt. Und dafür haben wir jetzt unterm Strich, nachdem wir dann die Methode benutzt haben, so eine Stunde gebraucht. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Thema Befestigung. Wir dachten am Anfang, dass hier diese Stahlträger, dass die einigermaßen 90 Grad zu dem Hauptstahlträger hier in der Mitte haben. Da haben wir die ersten vier Lampen aufgehangen und haben dann gemerkt, so ey, das passt gar nicht. Und aus dem Grund haben wir uns einfach eine Maurerschnur, quasi längs hier lang gespannt. Und haben die LED-Panels, also die Rahmen, die haben wir dann einfach in dieser Maurerschnur ausgerichtet. Das bedeutet im Endeffekt, dass sie nicht mehr zu den Stahlträgern gerade stehen. Aber das gesamte Bild ist jetzt halt viel, viel schöner, als wenn jede Lampe eigentlich in sich zu den Stahlträgern ausgerichtet ist. Und schaut euch das mal an. Das sieht einfach sauberer aus. Dass hier das quasi nicht parallel ist, das fällt nicht auf. Also wenn das Ganze alles parallel wäre, dann würden die Lampen da hinten echt ganz gorgig irgendwo an der Decke hängen. Zum Befestigen, wie gesagt, zwei Leute sind echt super, super praktisch. Wenn ihr eine Holzsäcke habt, sollte das auch allein gehen, weil ihr die Schrauben direkt in die Holzsäcke reinschrauben könnt. Aber hier war mein Schweißdicht mega, mega praktisch und das war quasi sowas wie eine Arbeitsbühne. Das Ding ist super für jede. Und wenn man da die Bremsen festzieht von den Räumen unten, dann hat man hier wirklich eine gute Arbeitsfläche. Ist natürlich die Größe, man muss immer noch ein bisschen aufpassen. Aber dann hat eine Person hier eine Arbeitsfläche zum Rumging, quasi zum Bohren. Und der andere kann auf der Leiter einfach das Ganze dann festhalten. So haben wir das Ganze hier auch gelöst. Hier sehe ich aus, ey. Tuffdecke. Äh, Monat von euch geht nicht. Noch ein Punkt, den ich gerade ansprechen möchte. Das sieht man nämlich da hinten in der Ecke oder dort in der Ecke ganz gut. Ich drehe euch mal rum. Wenn ihr hier am Arbeiten seid und halt diese Beleuchtung jetzt an der Decke habt, dann ist es am Schluss auch so, dass ihr nirgendwo Schatten habt. Das Ganze ist so ausgerichtet, dass ihr wirklich auch an den Wänden, in den Ecken und am Fußboden quasi Licht habt, weil ihr halt eben keine Schatten mehr habt. Die Lampen sind jetzt hier so angeordnet, wie nach dieser Grafik. Und die Grafik hat mir halt auch gezeigt, okay, da wird es keine Schatten geben. Das seht ihr nämlich hier. Wenn ich hier ein bisschen nach hinten gehe, dann merkt man halt, dass hier so ab 1,50 Meter auf der Wand, das wirft alle Schatten an die Wand. Und ich sage mal, selbst wenn ihr keine Videos dreht, wenn ihr da eine Maschine hinstellt, dann braucht ihr immer wieder an der Maschine ein eigenes Licht, damit ihr auch den Sägeschnitt sehen könnt. Und wie gesagt, mit den Panels ist das halt eben nicht der Fall. Die meditation gehtdate. Okay. Kommt CSS! Kommt toler! Kommt! Kommt! Also in hier so einem Paket befindet sich dann der Tato, ist auch super einfach anzuschließen, das ist einfach nur Plus und Minus. Und dann haben wir auch hier drunter schon das Energiekanäle, da ist ein bisschen Traumstoff, das kommt mir ehrlich gesagt noch ganz gut, weil damit werden wir ein Fenster zumachen, dann können wir das hier gerade wiederverwerten. Und ich werde euch einen Tipp geben, baut erst alle Rahmen an, legt dann alle Kabel und tut nicht alles direkt auf einmal. Das haben wir nämlich gemerkt, dass man so echt viel schneller unterwegs ist. Also immer, keine Ahnung, ich schmink immer so etabweise dann alle gleiche Arbeit. So, ich packe die ganzen Papiere jetzt aus und gerecht werden als die Lüsterkarte festgemacht, damit wir dann oben an der Lampe auch bitte nur noch die Stecker vom Kabel zur nächsten Lampe festmachen müssen oder halt nicht alle vier Schrauben von der Lüsterkarte festmachen müssen. Jetzt geht es an die Verkabelung und es brennt schon ein paar Lampen nicht, weil wir jetzt unter Strom hier arbeiten. Wir haben hier quasi vier Schaltschaltungen, denn bei normalen Arbeit, wo ich nicht filme, brauche ich halt nicht diese 20 LEDs. Das zeigt aber wiederum, wie hell die sind. Nur wenn ich halt filme, beruze ich halt alle 20 LEDs. Wenn ich halt normale Arbeit mache, die die Bilder zuschneiden, dann reicht auch das nicht jetzt schon mal. Das hier ist quasi das Licht, was ich benutze, wenn ich halt eben nicht filme. Ganz hinten ist jetzt eine Lampe und hier ist eine Lampe und was ich so abgefahren finde, ist einfach, dass das hier auch sehr, sehr hell ist. Also das hier ist schon ein gutes Licht zum Arbeiten und zum Filmen ist es, wie gesagt, noch nicht so optimal. Weil wenn ich hier stehe, ist halt hier einfach ein Schatten. Und das ist halt teilweise blöd, weil du mein Gesicht so ein kompletter Schatten ist. Deswegen kommen hier halt dementsprechend viele Lampen rein. Die Lampe sind befestigt und der liebe Sven ist jetzt da und dem können wir eure Fragen, die ich euch auf Social Media gestellt habe, jetzt stellen. Sven, wer bist denn du? Stell dir sie erstmal kurz mal vor. Ja, ich bin der Sven von Luxlight, mittlerweile schon der selbsternannte Lichtmensch im Werkstättenbereich, privat wie gewerblich. Ja, ich unterstütze bei Beleuchtungsherausforderungen, Beleuchtungsberechnungen und versuche euch Licht ins Dunkle zu bringen, was das Thema, ja eigentlich hauptsächlich Werkstatt und gewerblich angeht. Genau, das bin ich. Danke, dass ich da sein darf übrigens. Stimmt, danke, dass du den Weg auf dich genommen hast, das schöne Saarland. Genau, von der Pfalz ins Saarland, gell? Ja, genau, genau. Ich habe ja am Anfang vom Video, als ich die Lampen montiert habe, habe ich halt schon erwähnt, dass du quasi berätst, wie viele Lampen sinnvoll sind. Was machst du da genau und auf was achtest du da? Also, zu allererst ist mir entscheidend, was willst du eigentlich ausleuchten? Eine Werkstatt. Genau, eine Werkstatt. So, dann ist vielleicht noch ein bisschen entscheidend, arbeitest du mehr mit Holz, arbeitest du mehr mit Metall? Weil man sich da auch noch über die Blendung unter Umständen unterhalten muss. Dann ist sehr kriegsentscheidend natürlich, sind die Raummaße. Länge mal Breite mal Höhe, ganz wichtig. Ist es ein recht symmetrischer Raum oder ist es vielleicht auch ein L-förmiger Raum? Gibt es bestimmte Hindernisse zum Beispiel? Genau. Der, der so ein bisschen eine Art Raumtrennung darstellt. Genau, ja. Und das sind einfach die Infos, die ich dann brauche, dass ich eine relativ individuelle Beleuchtung für dich dann ausführen kann. Stichwort Flickr-Free. Ja. Du hast mir das eben schon gezeigt. Also für euch, ich habe mir ganz, ganz am Anfang meiner alten Werkstatt hier diese Kamera gekauft, weil die halt 60 Bilder in der Sekunde aufnehmen konnte. Da habe ich mir überlegt, hey, das ist ja voll cool. Dann kann ich ja was drechseln und kann zeigen, wie das in Slow Motion aussieht. Und als ich das dann das erste Mal gemacht habe, habe ich gesehen, dass ich so grüne Balken runter bekommen habe. Da habe ich mit Marius, der das Ganze hier auch schneidet, gesprochen, hat er gesagt, ja, das ist eine Beleuchtung, das kacke, das funktioniert nämlich nicht. War ich ein bisschen down, weil es echt eine teure Kamera war und das nicht funktioniert hat. Und ihr seht ja auch schon im Hintergrund, wie das Ganze aussieht, wenn man das Flickr-Free nicht auf dem Handy hat. Aber das sind die hier ja nicht. Die sind nicht Flickr, äh, die sind Flickr-Free. Genau. Kein Flackern und das hat man ja auch nochmal gesehen und das kann man auch dazu sagen. Ja, also wir haben jetzt ja gerade mal kurz bei den, hier in deinem Vorraum, die LED-Röhre nimmt sich auf dem Handy-Display angeguckt. Es flackert extrem. Und gerade also dieser Handy-Test, den kann ich da immer empfehlen. Mit dem bestätigt sich das am besten, weil das Handy das noch mal besser, noch mal besser wahrnehmen kann als wir. Also man muss sich mal vorstellen, wenn wir das schon wahrnehmen, dann ist es ja wirklich extrem schlecht. Aber nur weil wir es nicht wahrnehmen, heißt es nicht, dass dieser Flickr-Effekt ja nicht da ist. Weil das Handy nimmt es ja auf und das ist unter Umständen dann vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen ungesund für den Kopf. Ähm, die Panels sind Flickr-Free. Ganz wichtig für, ja, für YouTuber, Heimwerker, ähm, dass man das eben nicht hat und speziell dann auch gerade im Bereich des Dimmens. Ähm, okay. Da kann es dann auch wirklich sein, ne, hast du ein schlechtes Vorschaltgerät, dann hast du diesen Dimm-Effekt. Und den willst du einfach nicht haben. Okay, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf auf das Vorschaltgerät, was man halt noch kann. Und was die halt auch noch so ein bisschen unterscheidet. Aber vorher haben wir noch eine Frage von Luigi. Welche Beleuchtungsstärke haben die Leuchten? Haben die Leuchten ein DALI-Bus-System eingebaut? Master und Slave, wie viel Kelvin hat eine Leuchte? Also, fangen wir mal an. Die Leuchtstärke von dem Panel hier sind jetzt 4000 Lumen. Also, die Lumen ist die Sendegröße, das heißt, wir haben hier, weil früher hatten wir immer in Watt. Also, ich habe eine 100-Watt-Birne und hier habe ich eine 40-Watt-Birne. Jetzt haben wir hier ein 40-Watt-Panel. Klar, die Wattage ist schon noch irgendwo ein Indikator dazu, aber letztendlich die wichtigste Messgröße ist hier Lumen. So, okay. Immer die erste Frage. Dann überspringe ich gerade ganz kurz die zweite. Weiter zur dritten Frage. Kelvin. Die Farbtemperatur. Weiße Panels werden in Kelvin angegeben. 2700-3000 Kelvin ist das sehr, sehr warme, gelbliche Licht. Die ist gemütlich für der Halb. Also, atmosphärisches Licht. Ja, einfach gemütlich. Okay. So, wie man es eigentlich von der Glühbirne kennt. Eine Glühbirne ist irgendwo so bei 2, 3, 2, 4 Tausend Kelvin. Okay. Hier haben wir jetzt 4000 Kelvin. 4000 Kelvin ist wirklich das perfekte Arbeitslicht. Es ist nicht warm gemütlich. Es ist aber auch nicht blau-kalt. Und da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen. Die einen sagen, kalbweiß ist 4000 Kelvin. Naturweiß, neutralweiß. Das sind so Begriffe, die können als irgendwo ein bisschen verwirrend sein. Orientiert euch an der Kelvin-Zahl. Also, je kleiner die Kelvin-Zahl, Richtung 3000 Kelvin ist eher gelblich-orange. 4000 Kelvin ist wirklich ein weißes Licht. Und sobald wir Richtung 6000 oder 6500 Kelvin kommen, wird es blau. Dann sind wir beim Arzt. Ja, genau. OP-Licht. Sehr steril. Und ich kann dir eins sagen, wenn du hier mal wirklich mit 6000 Kelvin Tag abwaltest, gehst du abends depressiv oder vielleicht mit Kopfschmerzen nach Hause. Weil dieser Blauanteil, es ist unmöglich. Stimmt. Deswegen hatten wir auch bei Monitoren mittlerweile die Dimm-Funktion, dass dann auch dieser Blauanteil rausgefiltert wird und die Monitore rot werden. Oder rötig her, weil der Blauanteil rausgenommen wird. Genau, und dann die zweite Frage. Stimmt. Das Bus-System. Also hier ist kein Bus-System verbaut. Man muss auch dazu sagen, das Panel selbst ist nicht dimmbar. Was dimmbar ist, ist dann ein separates Vorschaltgerät. Also das ist jetzt das nicht-dimmbare Vorschaltgerät. Aber man kann unsere 40 Watt-Panels, die kann man dimmen mit einem separaten Vorschaltgerät. Und man kann dann dieses dimmbare Vorschaltgerät an ein bestehendes Bus-System auch anschließen. Aber da muss man aufpassen, nicht jedes Bus-System passt zu unserem dimmbaren Vorschaltgerät. Also da muss man dann auch wirklich mit einem Elektriker sich unter Umständen vielleicht auch austauschen. Okay. Und vor allem die Datenblätter von unserem Vorschaltgerät und von dem bestehenden Bus-System entsprechend studieren. Also wir haben schon Rückmeldungen gehabt von Elektrikern. Total easy. Konnten wir ganz einfach einrichten. Dann hatte ich mal ein Telefonat mit einem Elektriker. der hat es nach drei Tagen noch nicht hingekriegt. Und dann kam wieder ein anderer, nee es flackert, es funktioniert nicht. Okay. Also da haben die sich nicht vertragen. Man muss auch aufpassen, welches DALI-Bus-System zu welchem Vorschaltgerät. Dann ist noch eine Frage auf Instagram reingekommen vom Mixed Material Art. Sind die LED-Lanten auch dezertifiziert? Also haben sie einen Schlagschutz bzw. sind sie auch für den gewerblichen Einsatz geeignet? Danke für die Info. Also ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Eigenschaften von Solampen gibt. Also sag du was dazu. Ja, also eine sehr, sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich bin erstaunt, dass diese Frage insgesamt nicht öfters an uns herangetragen wird. Ich war letztens mal wieder im Baumarkt, Stichprobe nach Konkurrenzprodukten gemacht. Und ich suche immer vergeblich dieses TÜV-GS-Logo. Okay. Also ich habe dazu auch mal selbst auf unserem mini, mini, mini YouTube-Kanal ein Video dazu gemacht, um diese Kennzeichnung mal zu erklären. Diese CE-Kennzeichnung heißt nur, ich halte mich an europäisches Gesetz. So. Das heißt aber, ich habe keinen Beweis dafür, dass es auch wirklich macht. Okay. Also die Kennzeichnung ist gesetzlich verpflichtend. Wir bezahlen wirklich nicht wenig Geld für eine unabhängige TÜV-GS-Prüfung. Und diese TÜV-GS-Prüfung hat unter anderem diese Schlagschutz-Prüfung mit drin. Und ja, wie gesagt, ich möchte nachts schlafen können. Gut schlafen können. Wenn ich mir was überlege, ich habe irgendeinen Schrott an LED-Panels verkauft und irgendeinem brennt die Hütte ab. Das will ich nicht. Und nochmal, wir haben da wirklich Geld in die Hand genommen für diese unabhängige Prüfung. Es ist auch eine offizielle, richtige Prüfung, die wir da haben durchführen lassen. Vom Produkt, von der Produktion. Und ja, sie sind für den gewerblichen Bereich auf jeden Fall gemacht. Das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig es einem ist. Deswegen, also ich finde es toll, dass die Frage gestellt wird. Ich frage mich, warum sie als nicht öfters gestellt wird. Lassen sich die LED-Panels dimmen? Weil da waren wir ja ganz am Anfang auf das Vorschaltgerät zum Eingegangen. Was dimmt man? Dimmt man mit dem Vorschaltgerät oder wie ist das dort? Ja, also genau. Das Panel selbst ist nicht dimmbar. Das Vorschaltgerät ist dimmbar. Und das jetzt nicht. Wie gesagt, wir haben dimmbare Vorschaltgeräte im Angebot. Und die steuern dann letztendlich über ihren Output die Helligkeit des jeweiligen Panels. Genau. Also die Frage, ja mit Aufpreis sind unsere vier, zwei Panels dimmbar. Genau. Das ist vielleicht was, weil wir uns darüber auch unterhalten haben. Die sind teurer, die dimmbaren Panels. Also da haben wir ja auch gesagt, das ist für jetzt ein Arbeitsraum. Es ist ja nicht sinnvoll, wenn man das nicht dimmen kann, weil man sie an den meisten völlig braucht. Aber je nachdem, wenn man zwei Panels im kleinen Raum benutzt, wo man das vielleicht als Studio benutzen möchte, dann hat man die Möglichkeit. Genau. Also unser Vorschaltgerät ist definitiv nicht das günstigste am Markt. Es ist aber auch sehr sicher. Auch wieder im Rahmen dieser TÜV-GS Prüfung abgenommen. Okay. Und? Und das haben wir schon einige Kunden bestätigt. Geil! Euer dimmbares Vorschaltgerät flackert ja gar nicht. Genau. Richtig. Weil daran erkennst du halt auch am häufigsten die schlechten dimmbaren Vorschaltgeräte. Bei 100% geht es noch. Weil du reduzierst Richtung 50, 40, 30, da fängt es dann richtig stark an zu flackern. Und unser Vorschaltgerät kann sowohl angesteuert werden über eine Spannungsregulierung, über eine Widerstandsregulierung. Also geht dann glaube ich bis zu 100 Kilo Ohm und Pulsweitmodulation. Also das Vorschaltgerät kann relativ viel. Man kann es also mit verschiedenen Arten ansteuern. Deswegen ist es halt auch ein bisschen teurer. Ich blitzel immer übrigens hier mal rüber. Ich habe meine Augen so nicht gut genug. Aber das wurde nicht gleich blinkt noch. Das heißt die Kamera läuft noch. Trotz schwachen Akku. Hast du grundsätzlich noch was zu sagen zu den Lampen? Oder irgendeine Empfehlung, wenn man jetzt davor steht, seinen Raum auszuleuchten? Ja. Also letztendlich ist es auf der einen Seite eine wirtschaftliche Frage. Will ich das jetzt erstmal investieren? Klar, es ist erstmal ein Invest. Auf der anderen Seite, man spart langfristig zumindest durch den doch recht geringen Verbrauch im Verhältnis zum Output. Erstmal dann schon irgendwo Geld. Sie sind recht langlebig. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil für größere Projekte. Es ist eine persönliche Entscheidung. Habe ich Bock immer wieder Leuchtmittel zu wechseln? Ja. Stimmt. Stimmt. Bei der macht man es meistens nicht. Bei meiner Metallbüte ist jetzt auch schon wieder eine kaputt. Stimmt. Ja. Aber der Kritikpunkt, der auch von einigen Zuschauern als schon gekommen ist und der ist berechtigt. Ja, wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Und ja, stimmt. Also das Panel ist dann halt dann, wenn es Panel kaputt ist, musst du es halt auch komplett austauschen. Das ist richtig. Ja. Das monieren manche und dann sagen sie ja, ich komme mit den Röhren besser klar. Das ist eine Geschmackssache. Okay. Also ich finde den Ausleuchtungsgrad der Panels, nicht weil ich sie jetzt verkauft, sondern ich nutze sie ja auch selbst im Büro, einfach besser. Du hast jetzt hier draußen in deinem Vorraum auch LED-Röhren. Das ist dunkel im Vergleich. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist dann einfach irgendwo eine wirtschaftliche und persönliche Entscheidung, will ich das jetzt machen oder nicht. Ansonsten die wichtigen Themen wie holt euch einen Elektriker sicherheitshalber den Punkt haben wir angesprochen. Wenn man so gar keinen Plan hat. Wenn man gar keinen Plan hat. Und ansonsten, was wirklich der große Mehrwert ist, wenn man das Projekt mit uns angeht, diese individuelle Berechnung. Die kriegst du halt von anderen großen Internetanbietern natürlich nicht. Woher denn auch? Diese individuelle, passgenaue Beratung macht dann schon Sinn. Ansonsten darf ich mich bedanken, dass du vorbeigekommen bist. Ich danke. Vielen Dank Philipp. Hat mich gefreut. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, danke. Danke. Ansonsten sage ich immer am Schluss vom Video, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Dann kannst du das ja heute im Video sagen. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao. 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 Servets gabstieg mit starten. T pergi und geh mal. Au reten und viel Tschüss. Es